Der Viktor ist tot. Ja, eh. Wollt ihr jetzt eigentlich aussteigen, oder? Der Viktor ist tot. Ja und, Werner, was soll ich jetzt machen? Deswegen möchte ich auch nicht so werden, wie man die Wahrheit sagen. Das ist ja fast ohne Boden. Siehst du, wohin das führt? Ja, aber der Viktor ist tot. Ja, soll ich...